Hallo Dominion-Freunde, wir wollen uns heute mal mit der Blütezeiterweiterung beschäftigen und zwar mit der zweiten Edition uns anschauen. Ich werde einfach mal zwei zufällige Königreiche generieren und was sind so für Strategien, die da möglich sind, wenn wir nur Blütezeitkarten spielen. Denn mit der zweiten Edition besonders sind da nochmal sehr viele Geldkarten dazugekommen. Wir haben aber auch sehr starke Aktionskarten und viele Interaktionen mit Geld, aber auch insgesamt sehr teure Karten. Das heißt, was für Spiele kann man da erwarten, wenn man nur mit Königreichkarten spielt, die aus dieser Blütezeiterweiterung kommen und gar nicht mischt mit anderen Erweiterungen oder so. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich spiele einfach die Spiele so gut wie möglich. Wir haben für vier nur eine Karte und für drei gar nichts. Denkmal gibt uns Siegpunkte. Von daher ist es vermutlich die beste Sache, Denkmal-Silber anzufangen. Karten ziehen können wir mit Magnat für Geldkarten, die wir in der Hand haben oder mit Gesinde noch mit einem Angriff dazu, der die Punktekarten vom Gegner aufdeckt oder so und nach oben lässt. Und ansonsten können wir mit Königshof Karten verdoppeln. Wenn Königshof im Spiel ist, sollte man oft auch drauf gehen. Entsorgen können wir aber auch nur mit Ausbau und Münzer. Münzer, wenn wir mal Glück haben. Von daher, vielleicht ist Denkmal-Münzer dann auch eine ganz gute Sache, dass wir da auf einen guten Münzer kommen. Aber erstmal müssen wir hier Silber öffnen. Und mit sechs könnten wir jetzt Magnat oder Gesinde holen. Ich bin nicht ganz der Fan von Magnat, erst recht nicht ganz am Anfang. Der Angriff von Gesinde kann schon stören. Den Münzer könnte man überlegen. Wir würden vier Kupfer, aber auch ein Silber loswerden. Vielleicht wollen wir auch lieber hier mit dem Ausbau arbeiten. Denkmal und Gesinde kommen zusammen. Nicht so angenehm. Wir kommen auf fünf und können uns immerhin jetzt eine Stadt holen. Das ist eine Art Dorf sozusagen. Und für fünf holen wir uns noch ein Gesinde. Ich hoffe ja ein bisschen mit einem glücklichen Gesinde-Draw oder einer Stadt-Gesinde-Kombination, dass wir mal einen guten Münzer auch bekommen. Zack, zack. Okay, es ist kein guter Münzer, aber ein Ausbau ist drin. Königshof könnte man machen. Ich finde aber Ausbau hier besonders stark. Wir können den Zweier-Anwesen in unsere Fünfer machen. Und sogar, okay, es funktioniert nur, wenn wir Geld im Spiel haben, könnten wir einen Münzer nehmen. Also nicht wirklich. Haben wir eigentlich Pluskauf im Königreich? Eine aktivierte Stadt wäre Pluskauf. Ansonsten macht es den Ausbau natürlich nochmal stärker, wenn man sonst keinen Pluskauf hat. Da wir vermutlich später genug Aktionen haben mit Königshöfen, werde ich trotzdem noch ein Denkmal kaufen. Auch wenn es vielleicht gerade nicht ganz so passend ist. Drei-Kupfer abgelegt vom Gegner bei uns. Das ist nicht ganz so nett. Wir könnten auch die Vierer jetzt in Königshof machen. Und ein neues Denkmal kaufen. Ne, wir kaufen Hausierer. Viel besser in der Situation. Stadt und Gesinde. Holen uns noch einen Königshof. Wenn wir da einmal eine richtig gute Kette gebaut haben, dann geht das schon ganz gut ab. Holen uns mal noch eine Stadt und einen Hausierer. Hier haben wir Königshofstadt. Die werden wir auch einfach zusammenspielen, in der Hoffnung noch ein bisschen was zu haben. Okay, leider nicht. Holen wir uns noch ein Gesinde und noch einen Hausierer. So, Königshofgesinde. Wenn das keinen guten Münster gibt, weiß ich auch nicht. Äh, hm. Das ist nicht so gut geworden. Wir machen noch einen Königshof. Aber wahrscheinlich auch ein bisschen sehr gierig von mir, das jetzt so zu machen. Aber ich wage es einfach nicht anders. Wir haben jetzt immer noch gute Möglichkeiten. Ja, der Gegner spielt natürlich Big Money. Aber jetzt haben wir mal einen Zug, wo wir Königshof auf Gesinde machen können und noch Aktionen übrig haben. Das ist natürlich krass. Und jetzt Königshof auf Königshof, Stadt, Gesinde und Ausbau holen wir uns mit dem Silber ein Gesinde, mit dem anderen Silber eine Stadt und mit Kupfer und Silber. Ne, mit Hausierer holen wir uns noch einen Königshof und ziehen das Ganze. Hausierer, Königshof auf Denkmal. Da wir hier Königshof und Denkmal im Königreich haben, kann man sehr viele Siegpunkte auch aufholen. Also, selbst wenn der Gegner ein paar Kolonien mehr hat als ich, hätten wir auch oben lassen können. So, jetzt spielen wir die 5, äh, 7 Kupfer und holen uns den Münster. Leider haben wir ja hier, wie gesagt, nur einen Kauf, aber, äh, bald wird dieses Gesinde wahrscheinlich leer. Okay, wir machen das, äh, Königshof auf Königshof. Den Ausbau auf den Münster. Können uns dann hier Königshof holen, Hausierer in eine Kolonie verwandeln, könnten wir auch. Warum eigentlich nicht? Zack. Und dann noch dreimal das Denkmal. Nochmal angreifen. Noch dreimal angreifen. Dann kommt der G.M. noch viele Punktekarten nach oben. Und wir holen uns, naja, ein Denkmal vielleicht, weil wir damit noch Punkte machen können. So. Also, ihr seht, wie es ungefähr laufen würde. Rein theoretisch könnte man es noch ein bisschen optimieren, ja. Wir könnten noch uns ein paar Gains organisieren, indem wir den Münster behalten hätten. Ich habe ein bisschen schnell geklickt, aber das wäre noch so eine Möglichkeit. Wir könnten dann Gold uns verdoppeln mit Königshof auf Münster oder so. Und das dann mit Ausbau in weitere Karten machen. Ja, wenn man viel nachdenkt in seinen Zügen, ist das gar kein Problem. Aber ihr seht, diese Strategie wäre gar kein Problem. Ich werde jetzt einfach aufgeben und das nächste Königreich generieren. So ungefähr könnte dann die Strategie da aussehen mit Königshof. Wir haben wieder Königshof. Ich zeige mal eben alle Karten. Zack. Wir haben außerdem diesmal neu dabei Kunstschmiede, auch ein Entsorger, wo man viele Karten auf einmal entsorgen kann. Kostet aber sieben. Die Stadt ist wieder dabei. Waffenkiste habe ich noch gar nicht so oft gespielt, aber tatsächlich. Wenn man viele verschiedene Fünfergutkarten hat, dann ist die, glaube ich, ganz gut. Zumindest eine, aber hier haben wir Stadt- und Wunderheilerin als Fünfer. Wunderheilerin will man vielleicht ein oder zwei haben, aber dann reicht es auch. Von daher denke ich mal, ist das nicht die beste Option. Arbeiterdorf als Dorf. Aber zum Kartenziehen haben wir halt die Stadt und Königshof in Kombination mit anderen Sachen. Zieht ja auch ein bisschen Karten. Das muss man immer bedenken. Buchhalterin ist ein Angriff, Geldanlage können wir mit entsorgen. Buchhalterin ist ein kleiner Geldbonus, so mit Angriff. Und Amboss kann sich nochmal Viererkarten nehmen. Ist natürlich, Amboss gerade ist wahrscheinlich in reiner Blütezeit-Edition ein bisschen schlechter. 5, 2er Start bedeutet, wir können mit Wunderheilerin anfangen. 4, 3 hätte ich mit Geldanlage angefangen, einfach um ein bisschen entsorgen zu starten. Aber wir können mit Wunderheilerin dem Gegner ja einen Fluch geben, der im Prinzip einen entsorgen wieder rückgängig macht. Wenn man eins entsorgt und wieder einen Fluch kriegt. Das ist fast so, als ob man nichts entsorgt hätte. So, jetzt haben wir nochmal 6. Jetzt würde ich mich aber hier wieder mal konzentrieren darauf, dass wir ein Deck unter Kontrolle bekommen. Gerade mit Kolonien im Königreich lohnt es sich deutlich mehr, weil man viel Punkte zum Aufholen hat. Im Vergleich zu anderen Sachen. Aber mit 6 ist halt die Frage, eine Geldanlage. Achso, hiermit könnten wir auch noch Siegpunkte machen. Also so ein paar Punkte zum Aufholen mit der Geldanlage auch noch drin. Eine Stadt, was ist hier unten? Das sind zwei Anwesende. Pech haben wir, das kriegen wir nur in Silber. Das heißt, ich werde einfach jetzt die Geldanlage holen und auch in Apfel beißen. Und Amboss oder Silber, wir holen uns das Silber. So, wir wollen nämlich, genau, wir wollen auf 7 kommen. Und könnten überlegen, jetzt wieder Ausbau zu nehmen. Kunstschmied ist halt sehr abhängig davon, wie man zieht. Mit dem Ausbau können wir unsere Anwesen wieder gut zu 5 machen. Und eine Buchhalterin jetzt mal, damit der Angriff reinkommt. Den wir da haben. Buchhalterin können wir kostenlos ohne Aktion spielen, wenn wir sie in der Starthand haben. Das machen wir jetzt auch und ich hole mir eine Stadt. Die Stadt wird wahrscheinlich irgendwann dann aktiv werden, weil die Wunderheilerin natürlich Flüche verteilt. Und der Königshof ist zwar noch nicht ganz garantiert, dass wir es mit irgendwas treffen. Aber wenn wir treffen und es zum Beispiel mit einer Wunderheilerin zusammenkommt oder dem Ausbau, dann ist es extrem gut. Deswegen gehen wir trotzdem schon mal auf einen Königshof. statt Ausbau. So. Wir könnten jetzt die Geldanlage zu einer Kunstschmiede machen. Oder Silber. Das ist nicht ganz so toll. Deswegen machen wir Geldanlage entweder zu Königshof. oder Kunstschmiede oder noch einen Ausbau. Wir machen sie mal zu einem weiteren Königshof und holen uns ein Silber. Buchhalterin und holen uns noch eine Stadt. Zack, Königshof auf Wunderheilerin gefunden. Genial. Könnten jetzt Platin nehmen. Oder einfach weiter unsere Sache machen. Und zwar indem wir auf Städte gehen. Auf Königshöfe gehen. Und eventuell sollten wir ein Arbeiterdorf einbauen und einen Pluskauf kriegen. Das können wir uns aber auch mit einem Ausbau holen. Deswegen hole ich erstmal einen Königshof. Jetzt haben wir sechs. Und holen uns noch eine Stadt. Jetzt spielen wir die Buchhalterin nicht von der Hand. Sondern Königshof auf Buchhalterin. Macht aber auch keinen großen Unterschied. Wir haben eh keinen Pluskauf. Wir gehen weiter mit einem Königshof. So. Wir machen Königshof auf die Stadt. Nun was verziehen und können Königshof auf Ausbau spielen. Zack, Stadt. Kupfer in Silber und Silber in Wunderheilerin. Arbeiterdorf. Wir machen Wunderheilerin. Weil selbst wenn die Flüche dann leer sind, ist Plus 3 eine super Sache, um sie zu verdreifachen. Und noch sind die Flüche nicht leer. Wir wollen die Flüche so schnell wie möglich leer haben. Königshof auf Stadt. Gucken mal, ob wir noch einen Königshof finden. Ne. Und dann holen wir uns noch einen Königshof. Buchhalterin spielen wir so. Und Königshof auf Unterheilerin. Und jetzt ist ein Stapel leer. Und wir holen Arbeiterdorf. Okay, Königshof Ausbau. Silber. Silber und das zu. Naja, Königshof in Platin umwandeln macht nicht so viel Sinn. Wir holen uns einfach einen Königshof zurück. Buchhalterin lassen wir mal in der Hand. Wir werden genug Aktionen nämlich jetzt haben. So, Königshof auf eine weitere Stadt. 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 Königshof auf Königshof. Ausbau. Da können wir jetzt uns ein bisschen austoben. Wir können das jetzt schon nutzen, um Gains zu generieren. Waffenkiste. Genauso den Amboss. Und Silber machen wir in eine neue Stadt. Dann spielen wir dreimal das Arbeiterdorf für drei Käufe. Ach, wir haben nochmal einen Königshof, den wir verdreifachen können. Dann können wir ja alle Aktionskarten verdreifachen. Genial. Legen das ab. Holen uns noch einen Arbeiterdorf für mehr Käufe. Und wir haben 33. Nicht schlecht. Wir müssen ein bisschen aufpassen dann, dass die Stapeln natürlich nicht leer werden. Brauchen noch ein paar Städte. Und Platin. Und eine Kolonie mal. Einfach, dass wir nicht überrascht werden von irgendwelchen Stapeln. So. Stadt. Königshof auf Stadt. So, jetzt können wir da Königshöfe verketten. Hoffentlich finden wir noch eine Stadt. Jawohl. Beim dritten Mal spielen wir den nächsten Königshof, damit wieder verdreifacht werden. Und können wieder Ausbau spielen. Also ihr seht wieder das Prinzip. Jetzt müsste ich ein bisschen nachdenken, wie man es optimal macht. Aber in der Situation will man einfach sein. Man will sein Deck ziehen, Königshöfe übrig haben, alles mögliche verdreifachen können. Jetzt wäre es ganz interessant mal ein Spiel zu haben, wo wir keinen Königshof haben. Weil es dann doch oft darauf hinausläuft, so eine Engine zu bauen. Zum Beispiel hier. Jetzt haben wir hier Neues dabei. Bischof kann uns Geld machen, äh, Punkte machen, während wir entsorgen. Aber das Entsorgen ist nicht der Fokus. Fokus sind da die Punkte, weil der Gegner kann kostenlos mit entsorgen. Brautkrone. Äh, verdoppelt eine Geldkarte. Und gebt uns einen Kauf und man kann Sachen auf den Nachsicht ablegen. Eine ganz nette Kombo, vor allem wenn man es mit Silber oder Gold oder noch besseren Sachen spielen kann. So, sonst haben wir alles schon gesehen, ne? Bank, ja, bloß eine Geldkarte, wenn man viele Geldkarten spielt. Wie können wir hier Karten ziehen? Mit Gesinde oder Magnatien? Haben wir Aktionen überhaupt? Nein. Das heißt, wir müssen irgendeine geldlastige Strategie machen. Und das heißt auch, ähm, es wird schwierig. Frage ist, wie gut ist dann der Bischof? Ich glaube, er ist nicht gut. Wir wollen lieber Buchhalterin und damit angreifen. So, Waffenkiste. Gibt es viele Fünfer, die wir oft wollen? Eigentlich nicht. Also wir wollen zwar Gesinde und Magnatien, aber jetzt auch nicht so oft. Magnatien ist ein bisschen zu riskant, wenn wir damit nur zwei Geldkarten oder so haben. Und der Best Case ist, wir ziehen vier Karten damit. Bei Gesinde haben wir dafür noch den Angriff. Der ist, glaube ich, ungefähr so viel wert wie die vierte Karte in dem Fall. Deswegen gehen wir mal auch auf den... So. Wir könnten eine Brautkrone nehmen. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh. Tatsächlich. Wir haben eine Brautkrone und Silber, aber leider nichts anderes. Ähm. Dann machen wir eine Brautkrone nach oben. Buchhalterin. Hier unten ist auf jeden Fall eine Brautkrone. Das heißt, ich werde jetzt ein Gold verdoppeln. Oh. Keine Brautkrone. Doch nicht. Tatsächlich. So. Der Ausbau ist trotz allem noch gut. Tja. Es wird trotzdem gut sein. Das heißt, wenn wir damit nur im schlimmsten Fall Kupfer zu Silber machen oder sowas. Aber wir können anwesenlos werden und damit Fünfer holen. Zack. Vier. Hm. Können noch eine Bruchhalterin wieder nach oben legen. Dass wir die nächste Runde auch spielen können. Aber diese Brautkrone sind natürlich jetzt nicht so toll. Wir holen uns mal noch einen Silber. Na, anwesenlos werden ist schon ganz gut. Da ziehe ich lieber nicht so viel, sondern mach das einfach. Ja, das ist... Hätten wir jetzt einen Münzer im Königreich, wäre es natürlich schön. Ähm. Noch ein Gesinde oder nicht? Ja. Holen wir noch einen Gesinde. Das ist schwierig. Schwieriges Spiel. Wieder fünf. Fünf ist eine blöde Zahl hier. Wir müssen einfach dann Silber nehmen. Ich lege es aber mal nicht auf den 80-Stapel. Oh, zwei Anwesen gefunden. Fünf ist wirklich... Also, fünf ist wirklich das allerletzte. Ah, wir können aber die beiden Buchhalterin aus der Hand spielen. Können Silber zu Gold machen oder... Einfach nichts entsorgen. Nochmal rückgängig. Moment. Wenn wir jetzt die Brautkrone doppelt spielen, haben wir acht. Oder wir entsorgen die Brautkrone einfach mal in eine Bank. So. Wir hoffen auf ein bisschen Glück und ein Gold. So, Gegner kauft Provinzen. Äh, wir holen noch eine Bank. Mit dem richtigen Draw ist die Bank hier richtig gut. Zum Beispiel so. Wir machen das. Da ist Brautkrone auf Brautkrone, auf Bank, auf Bank. Wow. Das ist nicht schlecht. Und jetzt können wir mal ein bisschen Platin auf den Nachziehstapel, Brautkrone auf den Nachziehstapel und eine Kolonie, die wir einfach kaufen. Zack, noch eine Kolonie. Mal gucken, ob wir das Spiel gewinnen. Aber das ist okay. Wir holen uns noch einen Platin. Ja, Platin ist hier schon besser als Bank, aber man kommt halt nicht so leicht auf 9. Ah, das ist schön wieder hier. Zack. Zack, Kolonie fertig und eine Bank können wir uns auf den Nachziehstapel legen. Oh, interessant. Drei Bänke. Zack. Kolonie. Also dafür, dass es zwischenzeitlich so mies aussah, ging es dann jetzt plötzlich ganz schön ab. Ne, sobald man ordentliche Sachen für die Brautkrone dann hat, ist das schon ganz nice. Wir haben genug Vorsprung, um uns hier noch einen Platin aufs Deck zu legen. Gegner kauft Provinz. Und wir kaufen Kolonie. Und haben zwölf Punkte Vorsprung. Ganz komfortabel eigentlich. Okay, das ist jetzt nicht so schön. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr unsere Sachen finden, die wir ziehen. Ich vermute, das Spiel ist vorher vorbei. Deswegen so. Wir könnten jetzt natürlich die Bank in der Provinz machen. Ich glaube, das ist die sichere Variante. Hätten auch das Gesinde in der Provinz machen können. Das ist ja am Ende nicht ganz so entscheidend. Ich hoffe ja, dass es nicht darauf ankommt. Können hier wieder die Bank verdoppeln und kommen auf elf. Und haben dann genug Vorsprung. Ja. Machen wir. Gegner kauft die vorletzte Provinz. Provinzstapel beendet ja auch das Spiel. Deswegen können wir hier auch die letzte Provinz jetzt kaufen. Ja. Und ich hoffe, das war ein ganz guter Einblick in die Karten. Wie sie so interagieren in der Blütezeit. Ist natürlich noch längst nicht alles. Ja. Die Kombinationen sind ja endlos. Aber ja. Mir haben die Spiele ganz gut Spaß gemacht. Auch wenn man aufpassen muss, dass man vielleicht sich auch doch noch ein paar mehr Silber holt, als man vielleicht will hier in solchen Königreichen, wo auch die Fünfer nicht ganz so stark sind. Und man wirklich irgendwie dann auf Platin und Bank kommen muss. Aber das waren schon ganz nette Sachen. Zug 27 ist hier natürlich auch keine tolle Sache. Ja. Gegen einen guten Gegner hätte ich vielleicht locker verloren. Aber das war jetzt auch nicht ganz Ziel der Sache, ob wir es hier die beste Strategie finden. Aber es hat am Ende ganz gut geklappt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Woche. Ciao.